so elektrisiert zweimal dreimal viermal die machen aber auch hier alter ich dachte das wäre ein kinderspiel ich werde zu diese scheiß ist nur einer genau gibt nur ein abfeld zum heilen hier im glasen und nein Da gab es ein Tränklein. Sehr gut. Ich funde ein bisschen Fleisch auf die Hand. Puh. Okay, den haben wir gerettet. So. Gebt mir das. Joa, Elektrozeug. Ballert. Regelt, würde ich sagen. Ihr armen Zwangsarbeiter, ihr. Ich rette euch. Ihr müsst nicht mehr schuften. Ich dachte, die Zeiten sind vorbei, wo man Leute ins Lager geschickt hat. So, wo kommen wir denn jetzt hier hoch? Warte, ist das ein Hebel? Nee. Ich dachte. Ähm. Da. Okay, hier. Hier rum, okay. Hier ist halt einfach nichts, okay. Moin, Sushi-Nator. Oh, Sushi ist gut. Sushi ist laufzuschießen. Ach, guck mal, jetzt hier. Okay, super. Wir haben genug Pfeile. Komm, mit ihm. Das finde ich echt krass, dass die ständig hier, äh, quasi, EP geben, ne? Also, das ist schon ein kleiner Export, wie ich finde. Das ist schon ein kleiner Ekelzwerg. Da mag ich mich. Easy peasy lemon squeeche. Oh, aber da ist ja noch einer. Also, ich hätte mir jetzt hier super in die Mitte der Beine, äh, der dreien stellen könnte. Und einfach auch gibt ihm. Ohne Witz. Ah, doch, er macht Damage. Dieses Pfeil. Dieser scheiß Kasten macht tatsächlich Damage, ey. Das ist natürlich jetzt gar nicht so toll. Okay, okay, okay. Okay, der ist schon mal down. Vier Stück sind hier. Meine Fresse. Das wäre natürlich jetzt ein richtig geiler Spot zum Level. Oh, da wird es einfach in die Mitte stellen, alles, was kommt, killen. Und wir haben es überlebt, uns mal dazu sagen, natürlich, ne? Und wir haben wieder Level Up. Sehr schön. Ne, sind einfach nochmal zwei. Das sieht schon gar nicht so einfach. Verbleiben wir neben eins, what? Und dann, was passiert dann? Scheiße. Okay, jetzt müssen wir tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen investieren hier, ne? Warte mal, lass mal gucken. Elektrisiert. Ursacht 29 Damage. Okay, das muss ich mal probieren können. Das ist ganz gut, weißt du. Kannst du flüchten? Das ist gut. Flüchten ist immer gut. Okay, sag ich doch. Mein Reden. Boah, der macht aber echt gut Damage, ne? Muss man sagen. Also, es killt auf jeden Fall die Viecher. Quatsch, das ist nicht so. Reichweite ist auch sehr pundelig. Du mein Freund kriegst es mit der fetten, fetten Fall ins Gesicht. So, wo müssen wir jetzt lang? Da unten, äh, da oben waren wir noch nicht. Lass mal gucken. Nein. Bitte nicht. Da ist noch ein Mopspawner. Oh, nein, 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 ich habe nur noch ein fucking Leben, alter. Bitte nicht. Puh, 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 das tut weh. Kann man so ein Kinderspiel so verkacken. Das ist das für ein Fach so. Okay, ich dachte schon, das wäre jetzt hier so ein Lechi-Strahl. Das wäre natürlich ein mega gewesen. Nein! Oh mein Gott. Komm, Heiltrank, ich brauche dich. Danke. Puh. Meil, Fresse, ey. Ob es auch Ender-Dragon gibt, bestimmt. Geht ganz fest von raus. Wir hätten auch einmal weiterlaufen können, ne? Nur mal so als Info. Aber wäre natürlich langweilig. Das wäre natürlich langweilig. Scheiße. Der ist down. Muss ich echt hier einen auf, äh, auf Bogenschütze machen, weißt du? Wie weit ist ihr mit mir gekommen? So. Blöder Aschentieren. Was, da ist noch einer? Kann doch nicht dein Ernst sein. Nein. Komm, 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 komm. Fuck. Huh. Okay. Nehme mal mit. Können wir da rumlaufen? Bestimmt, oder? Wir konnten es nur nicht erwischen lassen. Ach, gucke. Cool. Komm jetzt hier. Schade. Ich dachte, wir können da rüber. Das wäre jetzt echt cool gewesen. Okay, wir laufen einfach wieder halbtot hier rum. Das ist vollkommen legitim. Bitte. Warte einfach hier. Danke. Okay. Crossplay ist aktuell noch nicht möglich, aber, äh, die arbeiten tatsächlich dran. Ach, wieder so ein Scheiß-Spawner, ey. Mein... Bist du mein Gott. Alter, ist das dein fucking Ernst? Wer soll das denn packen? Unglaublich. Ohne Witz hier ist mehr nervig jetzt, weil es hier ablohnt. Keine Chance, Alter. Keine Chance, Alter. Kleine mal gucken, noch mal über das, äh, Inventar. Kann man irgendwas finden? Vielleicht können wir irgendein Skill-Watt reißen. Das ist ja... Unglaublich. So, warte mal. Ich hätte gern... Oh, macht ja keine Pause im Pause-Menü. Also im Menü-Menü. Im Menü-Menü. Okay, warte, warte, warte. Scheiße. Jetzt hab ich eine Idee, Lord. Jetzt hab ich eine Idee. Jetzt hat er eine Idee. Ich werde euch allen töten. Ihr werdet sterben. Okay, denn mein Fall ist ausgelaufen. Scheiße sind die Art. Okay, aber ey, wir haben es hinbekommen, meine Hübschen. Und da unten ist noch ein Trühchen. Das holen wir uns natürlich. Noch zwei fucking Mobspawner. Ist das euer Ernst? Ey, könnt mich mal an. Ohne Witz. Mal ehrlich jetzt. Wer soll das schaffen? Mein letztes Leben, ne? Ich bin gleich tot. Also wirklich tot tot. Nicht nur ein bisschen tot, sondern wirklich richtig tot. Okay. Mein ekelhafter Pornotrank ist wieder drin. Oh, fuck. Jetzt haben wir aber alle, ne? Ach nee, noch nicht. Puh. Okay. Meine Fresse. Das war aber jetzt auch hier on point. Das Ganze. Muss man mal so sagen. Jetzt kommt natürlich der Gegner hier, ne? Natürlich. Da ist der Illager. Dein Ernst? Oh, fuck. Das ist auch mal fucking Lava. Ey, hau ab, Mann! Was willst du vor mir? Oh, oh, oh. Das ist ja ganz nice. Das überlebe ich doch niemals, ey. Alter Falter, ey. Was ist das für ein Spiel? Das ist doch nicht für Zwölfjährige. Oder ich bin einfach zu alt für den Scheiß. Fuck it. Will jemand mitspielen? Junge, Junge, Junge. Das ist ja wirklich. Jetzt wollen wir mal Waffen gucken. Vielleicht ein anderes Schwert wäre ganz nice. Höhenforscher auslösen. Axt. Okay. Kriegen jetzt alles nicht so pornös. Weil doch, die ist... Boah, die ist richtig gut. Nice. Okay, die hat schon mal was gebracht. Höhen? Wo ist die denn? Hier. Gewöhnlich. Wow, das hat sie ja richtig gebracht. Was haben wir hier? Schaden erhöht um 10%. Okay, nehmen wir auch die für mit rein. Alter Falter, Junge. Das Problem ist halt echt, dass der Trank so lange braucht, ne? Also, da merkst du halt. Puh, okay. Wollen wir uns nicht entmutigen lassen? Deine Kraft 5. Okay, sehr schön. Also, okay. Aber wir hatten Kraft 1, ne? Muss ich mal grad mal so feststellen. Jetzt haben wir Kraft 5. Wo ist das das Level? Meinen die das Level damit? Kann doch das Level sein, ne? Ja, okay. Ja, die meinen das Level damit. Okay. Ich wollte es mal einfach nur schön reden. Cubis weiden. Wollen wir das schon drin? Ach, da guck mal. Da findet man sogar die Artefakte. Da gibt es 3 Artefakte. Ach, cool. Jetzt check ich das. Was machst du eigentlich mit den anderen Waffen? Also, jetzt grad noch nicht. Denk mal, später können wir die verkrappen oder sowas. Und es wurde ja vorhin schon gesagt, dass wir auch die Artefakte wieder rauskriegen da. Wollen wir mal die Minen probieren? Ach komm, lass machen. Okay. Lass machen, komm. Jetzt mit, äh, ordentlich Damage in der Bude. Wie kann ich den jetzt schon klein machen, Prego? Es geht ein Beunruh... Komm, hatten wir gerade schon. Klär mal. Weil der Schmied konnte es nicht. Warte mal, ich gehe mal ins Inventar. Verzaubern, verwerten. Warte mal, wenn wir das jetzt verwerten... Ach so, yo. Danke. Okay, alles klar. Macht natürlich Sinn. Schön. Das ist doch mal ganz gut. Nice, danke. Das hat uns jetzt tatsächlich hier vorangebracht. Das muss ich sagen. Ich werde sie alle tröten. Äh, töten, nicht tröten. Ich werde euch tröten. Trötest du mich nicht? Wenn, dann tröte ich dich. Jetzt ist es doch mal easy going hier. Kommt dran hier, hm. Der Roundhouse Kick ist natürlich... Oder Roundhouse Schlag ist natürlich sehr geil, muss ich sagen. Ihr habt euch da verlaufen, oder was? Ich helfe euch gerne. Da haben wir noch einen Trü... Ach, guck mal, Trüchen zeigt er sogar an. Das ist natürlich vorteilhaft. Brauche ich nicht in die ganzen Sackgassen reinlaufen. Moin, Fussi! Das Spiel ist mega. Also, es macht echt Bock. Ist aber auch wirklich sehr, sehr schwierig. Also, ich bin schon gerade ein paar Mal gestorben, ne? Muss jetzt das Level hier zum Beispiel neu beginnen. Oh, TNT! Hm! Wapp! Ja, bitte. Oh, oh. Dankeschön. Hat aber gebumst, Alter. Hat aber richtig gebumst hier. Ja, auf, komm. Meine Güte. Karte, direkt machen. Okay, war's genau. Zack. Zack. Oh, Fussi! Vielen, vielen herzlichen Dank, mein Freund, für deinen Zapf. 35 Mal in Folge. Junge, junge, junge. Nicht kleckern, sondern klopfen bei dir, ne? Vielen, vielen, vielen Dank! Es gibt natürlich eine Silberfist, in jedem Fall Silbertist. Hat sich gereinigt, ne? Schön! Oh, da haben wir noch ein bisschen... Neuer Bogen wäre nice. Hau ab. Kann das auch. Okay. Das ist richtig gut, ey. Warte mal. Zack. Gut. Also wir brauchen uns eigentlich nur reinrollen. Fisten angesagt, oder wie? Genau. Weil die immer, weißt du doch. Richtig nice. Stirb. Also Fussi, ne? Ich kann gerne dazukommen. Vier Spieler sind möglich. Wenn ja jetzt spielen wir noch einen Story-Modus, später soll es dann, äh, also mit vier Spielern erst richtig losgehen. Haha. Oh, da ist ein Trank. Das ist eigentlich, äh, ja. Aber ich kann ja nicht genau sagen, wie da ich mich jetzt nicht unbedingt gespoilert haben lasse. Okay, wir sind down. Da ist ein Trüchen. Ähm, warte mal, mussten wir da hoch. Hä? Ne, wir müssen hier. Da ist es doch. Gib mir den Scheiß. Dankeschön. Okay. Sehr schön. Also man merkt es schon eindeutig, dass es besser läuft. Ne, Gegner sind jetzt mit fast einem Schlag immer tot. Das ist natürlich super. Gib mir den E-Map. Oh, er ist schon wieder. Mein Gott. Oh, ist er wieder runtergefallen. Tut mir fast leid. Da hat er wieder Bauts gemacht. Oh, wir haben eine Armbrust gefunden. Mega. Mega, mega, mega. Alle fünf Schüsse. Warte mal. Oh, warte. Ich muss jetzt einmal kurz was regeln. Ja, ist auch nicht groß. 2,7 Kilometer weiterspiele. Also sehr, sehr angenehm, wie ich finde. Hol direkt die Hero Edition. Natürlich über unseren Ref Link, ganz klar. Kostet 30 Euro. 10 Euro mehr als die Standardversion. Da machst du nichts verkehrt. Muss ich echt sagen. So, warte mal. Alle paar Schüsse verschiehst du ein Geschoss mit einer Zeitzündersprengladung. Die einen Sekunden nach dem Einstieg explodieren. 100% Standardkreatur in deiner Nähe verursacht. Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit. Oder Giftwolke. Was wollen wir machen? Komm, lass das machen. Lass mal das machen. Gib mir das Boot. Dann bist du nicht tot. Wow. Wie geil, Alter. Oh mein Gott. Wie pornös ist das denn, bitte? Alter, das feier ich natürlich. Oh, da ist auch einer. Wir haben unseren Gegenspieler gefunden. Habt ihr gesehen? Genau so eine Packung. Aber Alter, wie mega. Also ohne Witz das. Oh, sorry. Unser Fritz hat geschossen. Das wollte ich nicht. Aber das ist wirklich cool. Also das gefällt mir. Das macht Bock. Das ist ja nicht so Pio, Pio, Pio. Sondern Pam, 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 Pam. In your face. Irgendwann macht ich echt böse Auer, ne? Ach, die Exkursieren, das ist übrigens, aber macht mir das selbst auch Damage? Ne, oder? Jetzt haben wir alle, ne? Okay. Verlasse die Mine. Das kriegen wir doch wohl hin. Aber da kommt wieder ein fett Golem, ne? Puh. Ist ja auch nicht krass, dass Chestnut was für hier haben. Alter. Ah, ich komm nicht weiter. Oh mein Gott. Da war ich in der Sackgasse. Habt ihr gesehen, ne? Keine Chance gehabt. Keine Chance. Ballert ihr natürlich auch die, äh, Pfeile raus. Ohne Ende, ne? Wo hat man das? Äh, einen Apfel, den nehmen wir mal eben. Gehen wir weiter. Ach, da kam jetzt so viel raus, Alter. Meine Fresse. Du hörst jetzt bitte auf damit. Haben wir alles? Wir haben alles. Ja, fast tot, aber ist nicht schlimm. Äh, wo ist denn hier weiter? Äh, ach, da hinten. Okay. Jetzt gucken wir mal schnell hier rein. Den kann man eigentlich dann verkrippen. Ja, gibt 15 Punkte. Wir haben auch mittlerweile wieder. 323, okay. Alter, ist das hart. Kann sein, wie man mitkommt, da. Okay, er ist tot. Anhand der, äh, Geräuschkulisse konnte ich sagen, er ist tot. Oh, die Spitzhacke. 11 Damage, Alter. What the fuck? 50% mehr Damage. Oder erlitten, verringert, erlittenen Schaden um 20%. Das ist cool, das nehme ich mit rein. Für Nahkampf ist das mega. Okay, da kam gleich der fette Gnom. Oder haben wir eine Kiste, äh, vergessen. Die nehmen wir natürlich noch mit. Wo haben wir sie denn? Hier unten irgendwo. Da, also immer schön auf die Karte gucken, mein Lübschen. Genau, heil dich mal eben. Und dann würde ich sagen, suchen wir uns die Dicken in der nächsten Folge. Weil der blablabände. Ja, ich bin Wo steht. aus.